Zusammen stehen Esch und Elle auf der vibrierenden Metallplatte und können es noch nicht ganz fassen. Zu allen Seiten blicken sie in tobende Tunnel. Menschen hüpfen und kreischen. Alle sind im regelrechten Flow. Das ist packend, ungewohnt, unheimlich, cool. Esch und Elle schauen sich an. Versprichst du mir, dass wir nach dem Konzert Backstage gehen und ihnen deine Musik zeigen? Echt jetzt? Darien Esch Framani? Dein Klima möchte ich haben. Hey du, niemand aus Blank. Jetzt musst du tanzen. Die ganze Welt schaut zu.